Die Covid-Krise hat uns ganz klar gezeigt, wo die Schwächen in der Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden in Österreich liegen. Deswegen fordern wir gemeinsam mit der Initiative Wundgesund und der österreichischen Gesellschaft für Wundbehandlung eine flächendeckende, wohnortnahe und vor allem leistbare Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden nach dem derzeit anerkannten wissenschaftlichen Stand der Medizin.